Jetzt müssen wir die Bilder an den Rekuplex. Oh, die rechte Seite. Oh, hartes Knie. Wow. Was ist das denn heute? Der hat dann angeklingelt mit der rechten Knie. Und da hagelt. Da muss Marcel Klicks gerade richtig einstecken. Da kommt eine harte Schlagkombination von Christopher. Und da sind einige Dinger durchgegangen. Spinning Backs ist. Und da tappt er. Da ist der tappt. Fantastisch. Das war mal ein Cageboard. Da am mattingen. Steine Abbrittäjungen. Da shops, auf, r �ą down. Dürfen auch Quintal mit dir auf. Da tappt ihr da. Det revenger Text im Auftrag. Sie haben verkbiniert.